Warum sollte man sich nur zwei Haarklammern bestellen, wenn es die dritte umsonst gibt? Vanessa hat sich eine pinke und eine beige Haarklammer bei uns ausgesucht, dabei hat sie wohl unsere Osteraktion übersehen. Also haben wir noch eine dritte Klammer für sie ausgesucht und ihr geschenkt. Hoffentlich haben wir ihren Geschmack getroffen.